jetzt Prozent ja auf Tauern das Wort von Deutschen erstellt die auf der Erde sind noch deutsch ja ich dachte die werden alle die werden alle nur noch offen wir wollten uns hier erstmal wie immer friedlich hinstellen und ich wurde schon von einem Helden attackiert und das war ne Magna man das war keine Magnawache da hinten war ne Magnawache hinter dir nach oben ist auch auf dem Feld ja obi und also schon besser wie das Ding sonst noch mal heißt ganz toll er hat man kann nicht zwischen Laternen herlaufen wenn die Meter Platz haben oh man schon wieder dieser Assam die Karte da traut man sich gar nicht auf dem Boden was das okay das Spiel ist komisch ja das ist wirklich merkwürdig man sagte mir mal man sagte mir mal auch wenn ich den Held immer ausstelle er ist trotzdem immer auf dem Spielfeld das habe ich heute zum ersten Mal das der schnell stirbt wirst du dringend da steht ein Rudecker und warum willst du dann ertrinken so lieber ertrinken oder vom Rudecker erschossen werden ertrinken die die ist liefert euch der gefälligsten Kampf die gewöhnt diese Spacken bekommen das ist natürlich nur mit der Klob Steuern Schrotke ich komm nicht halten sich müssen wir als Ausdruck auf das Weisemal Echt einmal der Part anschauen weil ich nicht kapiert er was wir den Minuspunkt eingebracht hat aber man muss selber aus der Vorgarten man muss halt auf den einzelnen Karten wissen was ein Minuspunkt einbringt es ist ein bisschen es können wir es können das Pflücken von Blumen sein das Abbrämmen von Bäumen Fälschluströten von Verbündigen ist halt überall anders wisst ihr Mann die Karte ist schon ein bisschen so leben die Deutschen die Republik hat einen Kommandoposten unter ihre Kommandoposten jetzt bin ich hier in so einer scheiß Blute ey ich kann mal keine Unterzeugung spüren ja 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 hallo ich schwärf deine Granate rein ach du scheiße pass auf scheiße boah da muss ich halt mal gebrauchter von morgen so muss das sein und meine kommt auch Happy Birthday doch nee ja noch nie mehr Geburtstag hast du Geburtstag was soll ich noch mal auch so aber genau richtiges ja das war doch um dürfen die es hören er steht auf meinem Kanal dann war es am 30. Juli ach gut als letztes in YouTube für dieses Mal wohl das erste Mal das ist diesmal das erste Mal ja ja überall einmal ah nein da auf die Jens Prozent hat was mehr als zweimal es waren und genau seit 15 Monaten nachher hat die 16 16 ja das ist so schlimm wird es sich naja stimmt ach ja ich bin über 16 alle die man auch fragt gehalten es nervt langsam manche Leute die sind halt zu auch zu lesen ich glaube ich nehme jetzt mal die Muni spiel es war zu furcht wie funktioniert so ich habe dich jetzt jeden Tag auf Facebook an die Führung zu eröffnen er war doch nicht so gut was ist wer es überhaupt ich möchte oder aber ich weiß nicht was es ist wie also wie gefallen dir die deutschen so die deutschen oder was zu machen so welche Karten naja es wird wohl immer eine Frage bleiben